Wie komm ich hier hoch? Kann ich hier wieder ins Lager? Na, wir haben noch unten Erdblöcke gesetzt. Oder so. Oder Kobbel. Dann geht's irgendwie hoch. Ah, ich glaube, wenn das das ist. Ah, nee. Ich glaube, hier bin ich falsch. Geh hier gerade eine Tür auf. Ich bin hier falsch. Du bist hier unten, oder? Ich bin unten. Äh. Äh. Jetzt weiß ich, wie die Hühner bei uns reinkommen. Weil die Tür automatisch aufhört. Äh, ich glaube. Ja, vom Ansatz her. So ein Mini-Hohn, ja? Läuft auf dieser Druckplatte da rum. Und schließt sich am Ende selber aus. Selbst schon. Aber das wundert mich gerade. Ist ja echt komisch. Also, ich weiß, wie die Hühner das machen. Die kacken, die kacken ihre Eier in, durch die Tür durch. Somit öffnet die sich. Und damit kommen die dann alle in unser Haus. Ach, das sind schlaue Viecher. Ja. Logische Schlussfolgerung. Wir brauchen eine Steindruckplatte. Oh, das ist ja schon wieder. Ja, jetzt haben wir hier schon etliche Hühner drin. Die sind echt fiffig, die Viecher. So. Ich bin nicht oben, aber jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich jetzt hier zurückkomme. So. Hm, das war falsch. Ich muss ja auch noch so viel Leben. Ach, du Kacke. Äh, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, eine Steinplatte. Äh, Treie. Troppensee, also drei Pfeile. Aha. Braucht man da Cleanstone? Ist das dumm. Mal halt mal schnell ein paar Cleanstones. Eigentlich ja nur zwei Stück. So, bin ich jetzt doof? Muss ich dir jetzt was sagen, oder? Ich mach das anders. Kommst du nie raus, oder was? Ja, ich find heute irgendwie den Eingang nicht. Oh, warte mal, warte mal. Ist das hier richtig? So. Ähm, nö. Soll ich dich holen? Nö. Ich fahrt mich schon wieder raus. Ich hab schon einen Plan. Aber nischt mit buddeln. Nein, ich buddel mich ja nicht. Ich benutze bloß vorhandene Gänge. Für die ollen Vögelhühner hier. Werdet jetzt alle geschlachtet dafür. Hinterm Blumentopf seh ich dich auch. Auch wenn ich Blumentappe hasse. Aus irgendwelchen Gründen. Ah, ich seh dich. Also deinen Namen entdeck ich. Das ist schön. Naja, kann man jetzt sehen, wie man will. Ja. So, ich bin da. Ach, naja. Umgescheatet. Ja, wenn ich den anderen auswendig finde. So, Steindruckplatte hingesetzt. Damit Hühner nicht mehr durch Tür kacken können. Oh, Skelett vor der Tür. Hi. Aua. So. Willst du die Steine aufsammeln? Hab ich doch. Ja, ich schau dir kurz. Dankeschön. Vorst du schlafe einmal. Heiß. So. Ja, das reicht. Erstmal. Essen. Na, Pennen gehen brauchen wir jetzt nimmer. Jetzt wird's Tag. Ach so. Ja, wusste ich ja nicht. Hühnerfreie Zone haben wir jetzt wieder. Ha. Gut, geht's weiter? Jo. Eine Schmiede soll ich hinsetzen. Hm. Na, mal gucken, ob das was wird. Ich werde bestimmt auch von dem Creeper überrascht. Ah, ein Skelett. Warum nies ich immer unter unseren... Oh, wie ich diese Viecher hasse, ey. Was, die Nette? Ja. Zu feige, um mal nahe Kampf zu machen, ja. Tja. So. Die können's halt. Da ist ein Creeper, aber der könnte mich in Ruhe lassen. Hm. So. Ich wollte's hier hoch. Ah, kein Platz mehr. Ach so, doch. Workbench. Erstmal hier hin. Holz sammeln. Und... Erstmal zwei. Übereinander natürlich. So. Federn. Ein Hin- und Hergelaufen hier. Ja, oder? Habe ich jetzt nur eh den Ofen gemacht? Grrrr. Zack. So. Dann wollen wir die Öl. Das habe ich natürlich die Tür liegen lassen. Ach. Bist du blöd. Ja. Aber echt blöd. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So richtig blöd. Ja. Einfache Scheiße blöd. Zum Scheißen zu blöd. Ah, nee, nee. Das wär jetzt übertrieben. Ach so. Na klar. So, jetzt bin ich aber am überlegen. Oh. Die hat man die denn gemacht? Grrrr. Was? Die... Am Bosse. Das weiß ich nicht. Das ist der. Ich soll ich mal schnell nachgucken. Wie bitte? Ich soll ich mal eben nachgucken. Ja, wär nie schlecht. Ja, geht sofort los. Jojo. Tue ich hier in der Zeit nochmal ein bisschen mein Inventar lernen, weil... Irgendwie kriegt man andauernd Monster-Drops und ach... Das Leben ist schon gar nicht mal so einfach. Haha. So. Äh... Ach, das war... Aha. Jetzt habe ich Minecraft-Wiki.de aus Versehen eingegeben. Ja. Und jetzt wiki.firma.de und da kann ich mich jetzt hier anmelden mit Benutznamen und Kennenwort. Oh, sehr gut. Das ist doch praktisch. Ja. Muss man haben. Ne, Fima hieß die. Ist nicht Firma? Fima. Fima. Also F-I-M-A. Aha. Hast du die Pfeile schon wieder mitgenommen? Ja. Aha. Und acht Eier da reingelegt. Ich verstehe das nicht. Das habe ich gar nicht. Ne. Nee. Die Angler vorhin noch nie da drin, glaube ich. Ja, bestimmt. Tö. Weil ich habe nichts reingelegt. Ich habe bloß rausgenommen. So. Warte mal. Jetzt muss er laden. Lade, lade, lade. Was brauche ich noch? Das gehört da hin. Holz kann hier hin. Das brauche ich dann gleich. Ich muss sortieren hier. Das ist ja Wahnsinn. Kann man so lassen. Hier sind wieder drei Eier. Hier habe ich immer noch drei Eier einstecken. Boah. Ich habe den Inventar hier zugeballert. Aber dafür füllen sich ja unsere Kisten gut. Nein. Doch. Ja. Aber schöne Druckplatten hast du hingesetzt. Ich habe dort Druckplatten hingesetzt. Ja, hast du doch. Sind ja welche. Ja, ich sag's noch. Also, wir brauchen die untere Reihe sind drei Eisenbahnen. Dann kommt ein Eisenbahnen in die Mitte. Und dann kommt... Warte, stopp. Warte, Markus. Ja, hast du Eisenblöcke? Ja, die mache ich ja jetzt. Warte. Drei Stück brauchst du. Drei Eisenblöcke? Ja. Warte. Drei Eisenblöcke? Habe ich. Habe ich. Die kommen ganz oben hin. Ganz oben, ja? In die Reihe. Na? Dann kommt darunter in die Mitte ein Eisenbahn. Ja. Und darunter kommen wieder drei Eisenbahn. Eisenbahnen? Ja. Okay, habe ich. Danke. Gut. Ich höre jetzt noch mal nach dem Kommandoblock. Ja, das würde mir mal interessieren, wie man den... Ob man den überhaupt craften kann. Oder ob das nur für Creative ist, weiß ich gerade gar nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Was ist ein Haken? Ach so. Wunderschön. Oben machen wir... Oben machen wir... Hm. Bin mir so unschlüssig. Machen wir solche Streifenfenster. Ja. Ma. Machen wir solche Filme. Qua. Geht nie, wa? Naja, irgendwie steht es ja nicht dabei Okay Cool Da steht bloß da, er kann abgebaut werden, aber Achso, naja Aber wo, dann Kann im Überlebensmodus mit einem Klick abgebaut werden Jedoch droppt er ohne Spitzhacke nichts Aha Hm Und ansonsten im Kreativmodus kannst du den auch bloß per Befehl kriegen Ja Aber ansonsten steht auch nur so da, wie du den herstellen könntest Okay Also wirst du den nicht bauen können Ach Mensch Ärgerlich Einen Cleanstone brauche ich schon mal Der Ambus nehme ich hier hin Fußboden mache ich aus Cleanstone, jetzt habe ich gerade beschlossen Bäm Da steht er Ah, schön Ja Dachte ich mir auch so Ja So, dann kann der nämlich hier so schön, äh Einen glatten Fußboden, ne Ja, ich sehe es gerade nicht, weil ich gerade so unterwegs bin So gut Ja, finde ich auch Gleich wenigstens Ruhe und kann hier so bauen Ach Es ist doch alles so schön Ist ja doof, ich brauche jetzt drei Eisenbahnen, um den zu operieren, die Eisenspitzhacke Was, drei Eisenbahnen? Ja Na, dann brauchst du es auch nicht machen Doch, mache ich Hä? Da verspreche ich mir ja wenigstens das Holz Wow Die passen ja eh in den Sticky Zwei Toll Na dann Also man merkt, es lohnt sich nie bei allen Sachen Nö Äh, ja Ich warte jetzt eigentlich, dass der Cleanstone fertig wird Aber in der Zeit kann ich ja noch mal rüber Wobei, wie ging denn das schon wieder? Äh Brauchen wir ein Eisen heute hier? Gefällt mir ja gar nicht Schlimm, ne? Geh weg Ach, ich bräuchte noch Glasscheiben Ja, die brauche ich auch Haben wir da noch welche oder müssen wir da erst welche machen? Ich dachte, wir haben noch ein paar Was wollte ich jetzt hier? Ja, ich wollte ganz hoch und dort habe ich ja auch noch was So Na ja Ja Ja, nicht gerade viel, aber besser als nichts Na ja Ich brenne mir was Boah So, dann brenne ich mir hier noch mal ein bisschen Sand in der Zeit Und geh mal penden, oder was? Ja, klar Na ja, dann setze ich den auch noch hin Und if ja, dann